Einen schönen guten Tag aus Neckarsulm. Heute schauen wir noch einmal ganz genau auf das zurückliegende Jahr, das, ungeachtet der in jeder Hinsicht herausfordernden Situation, ein für Bechtle weiteres, sehr gutes Geschäftsjahr war. Ein Jahr, in dem wir bei vielen Kennzahlen neue Rekordwerte verzeichnen. Beim Umsatz konnten wir um wirklich beeindruckende 8,3 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro zulegen. Dabei hat sich vor allem unser Geschäft mit öffentlichen Auftraggebern wirklich fantastisch entwickelt. Wir sind hier seit Jahren auf einem steilen Wachstumspfad, der uns jetzt erstmals die Marke von 2 Milliarden Euro Umsatz überschreiten ließ. Das Segment IT Systemhaus und Managed Services hat den Umsatz 2020 ebenfalls gesteigert, um knapp 11 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro. Herausheben möchte ich die beiden Auslandsmärkte, in denen wir in diesem Segment vertreten sind, nämlich Österreich und die Schweiz. Hier verzeichneten wir einen Umsatzplus von sage und schreibe 22,8 Prozent. In unserem zweiten Segment, dem IT-E-Commerce, konnten wir ein Umsatzwachstum um 3,5 Prozent auf annähernd 2 Milliarden Euro verbuchen. Im Inland legten wir um herausragende 17 Prozent auf knapp 416 Millionen Euro zu. An unseren europäischen Standorten waren die Auswirkungen der Pandemie deutlich stärker zu spüren. Hier lag die Wachstumsrate bei lediglich 0,4 Prozent. Allerdings, und das möchte ich hier schon auch betonen, ist das am Ende ein sehr respektabler Wert. Die Kolleginnen und Kollegen haben in der zweiten Jahreshälfte massiv aufgeholt. Der Trend zeigt also auch hier wieder nach oben. Umsatz ist das eine. Wichtiger noch ist das, was unterm Strich bleibt. Das Ergebnis also. Und das sieht ebenfalls sehr gut aus. Unser Vorsteuerergebnis, das EBT, stieg um 14,6 Prozent auf rund 271 Millionen Euro. Die EBT-Marge erhöhte sich von 4,4 im Vorjahr auf nun 4,7 Prozent. Im Systemhaussegment nahm das EBIT übrigens um fast 20 Prozent zu, die EBIT-Marge stieg von 4,3 auf 4,6 Prozent. Und im IT-E-Commerce verbesserte sich die Marge von 4,8 auf 5 Prozent. Hier haben wir die in unseren Visionen 2010, 2020 und 2030 genannte 5-Prozent-Marke tatsächlich getroffen. Für die weiteren Kennzahlen verweise ich auf unseren Geschäftsbericht und in einem Atemzug auch gleich auf unseren Nachhaltigkeitsbericht. Beide Berichte sind gespickt mit tollen Erfolgen und einer starken Entwicklung, auf die alle Beteiligten mit Fug und Recht stolz sein dürfen. Zum Beispiel neue Bestmarken bei Cashflow und Liquidität oder eine erneute Steigerung unserer Mitarbeiterzahl um 693 Menschen auf 12.180 Mitarbeitende zum Jahresende 2020. Dass an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön folgen muss, ist selbstverständlich. Allen voran geht es natürlich an unsere Kunden, die uns ihr Vertrauen auch und gerade in einer Krisenzeit schenkten. Wir sind froh und dankbar, Ihnen ein starker IT-Zukunftspartner zu sein. Was mich persönlich wieder einmal tief beeindruckt hat, das sind die Macherqualitäten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben ein neues Miteinander angenommen, haben sich als widerstandsfähig erwiesen und waren voller Energie und Zuversicht zur Stelle, wenn unsere Kunden uns forderten. Mit unglaublicher Kreativität und einer unerschütterlichen Jetzt-Erst-Recht-Mentalität. Nichts war zu kompliziert oder zu verwegen, es nicht doch anzupacken und zu einem guten, erfolgreichen Ende zu führen. Abschließend schauen wir noch nach vorne. Die Unsicherheiten sind mit Blick auf die weitere konjunkturelle Entwicklung natürlich unverändert groß. Wir wissen nicht, wie lange und wie sehr uns die Fortdauer der Pandemie einschränken wird. Wir können die Auswirkungen auf das wirtschaftliche Umfeld nicht verlässlich einschätzen und haben zudem in der IT-Branche eine extrem angespannte Liefersituation. Alles keine besonders stabile Grundlage, auf der sich eine Prognose abstützen lässt. Und trotzdem rechnen meine beiden Vorstandskollegen und ich mit einer positiven und im Branchenvergleich überdurchschnittlichen Geschäftsentwicklung von Bechtle. Mit einem deutlich zulegenden Umsatz und Ergebnis und einer EBT-Marge, die das hohe Niveau von 2020 hält. Das ist schon salopp formuliert ein ziemliches Brett, das wir uns hier vorgenommen haben. Aber wir haben drei gute Gründe, auf die wir zählen können. Ein konkurrenzlos gutes Geschäftsmodell, ein sensationell starkes Team und mutige Kunden, die wissen, dass sich die Herausforderungen der Zukunft nur mit mehr Technik, mit mehr Digitalisierung meistern lassen und nicht mit weniger. Wir sind bereit, was auch immer die Zukunft bringt. Wir sind bereit, was auch immer die Zukunft zu sehen.